Oh Gott, ich komme immer näher, näher, Hilfe! Okay, 1,73 Kilometer, dann ist das Ziel. So, easy. Mia, du kriegst es nicht mehr hin. Du kannst es einfach anhalten und es einfach lassen. Einfach sein lassen, Mia. Du wirst es nicht mehr hinbekommen. Ja, Sigi-Junge. Da haben wir es gemacht, Leute. Da haben wir es gemacht. Yes. Stufenaufstieg. Jawohl. 38.720 Bugs. Sehr schön. Wo waren wir denn? Hier sind wir überall lang gefahren. Und hier einmal rum. Sehr geil. Cool. War echt sehr, sehr geil. So, und das Geile ist, wir haben jetzt 83%. Fahrzeugstufe auf 278. 278. Okay, dann... Muss ich mal gerade gucken. Auch 83%. Dann muss ich mal gerade gucken. 278. Das können wir ja gerade mal machen. Dann gehen wir mal gerade den Gelände-Tuner. Pass auf. 278. Bei Straße. Der hier. 8 werden wir da schon noch irgendwie rausbekommen. hoffentlich Performance. Jawohl. Da. So. 278. Jawohl. Sehr schön. Ja, ich möchte gerne den Fahrzeug-Tuner verlassen. Ja, ist gut. Mobile Garage. Gelände. Ford Mustang. So. Was war's noch? Ach komm, das kriegen wir eh nicht hin. 5 einzigartige Sehenswürdigkeiten. Das haben wir ja eigentlich auch schon gemacht. Aber. Wir schaffen halt nicht. Wie viele Bugs gibt's denn da? 5.000 Bugs, ja. Als ob sich das lohnen würde. Da lohnt sich das doch schon viel mehr. Deswegen. Ganz klar. Erkundung. Und einfach diese. Diese paar. Bugs noch irgendwie rauszubekommen. So, Moment. Da. Da sind welche. Ich mach einfach Blitzreise hin. Wir gucken uns das an. Und eine Datenstation gibt's auch. So, 2000 Bugs. Jawohl. So, wo ist die Datenstation? Da irgendwo. Okay. Das ist mir aber grad egal. So. Das französische Quartier. Okay. So, 89.000 Bugs. Da noch. Downtown. Gucken wir uns natürlich auch an. So. Ja. Schön. So. Was haben wir hier noch? Döp, 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 döp. Da. Sumpf. Blitzreise hin und gucken uns mal an. Ach ja, das war hier schon echt schön. Gucken wir mal. Ach ja, wunderbar. Echt schön. Schön hier. So. Haben wir sonst noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten freigeschaltet? Da. Dinosaur Valley. Okay. Cool. Starten. Muss man einfach mal sagen. So, da. In Dallas haben wir auch noch. Was zu erkunden. Gucken wir grad mal. Mit reden. Hm. Schön. So. Da haben wir auch noch was. Ölfelder. Gucken wir uns mal an. Oh, hier wird grundsätzlich Öl gepumpt wird, muss man sagen. So, wir gucken grad mal, wo hier die gute Datenstation ist. Wahrscheinlich hier irgendwo. Kann das sein. Ja. Juhu, Datenstation gefunden. Was gibt's denn dann hier für Tests schon so 300, irgendwas oder was? 31, 35. Ich glaube, im Test 29. Okay, was haben wir hier für Missions? Beutertest 50. Brauche ich Stufe 30. So, ja gut. Ist sonst noch was zu erkunden? Erkundung. Rosewell. Gucken wir uns auch nochmal an. Ach, hier war das. Okay, schön. Viele schöne kleine Städtchen. So, Greystown Ruine. Gucken wir uns auch nochmal an. Sehr schön. Kann man hinbekommen. So. Wir haben jetzt auch den Erfolg freigeschaltet, oder was? Äh, Moment. Nein, Shift F2. Rewards, Actions. Schließt eine Monatsherausforderung ab. Habe ich doch gerade gemacht, oder? Ich habe ja auch 10 verdient. Okay, das hatte ich noch nicht aktualisiert. Äh, mhm. 10.000 Bugs. 500.000 Bugs im Portemonnaie. 500.000 Bugs. Tagesgeld auf 10.000 Bugs. Erstes Tattoo. Rewards. Erfolge. Erfolge. Okay. Ich sage, das teuerste Fahrzeugprobe. Ja, das könnte man eigentlich auch machen. Rewards. We too. Mh, mh, mh. Das waren 500.000 Bucks der Rewart oder was? 500.000 Bucks im Portemonnaie. Ja, gut. Gucken wir uns das hier aber auch nochmal an. 500.000 Bucks im Portemonnaie. Das wird schwer, aber sollte rein theoretisch auch kein Problem sein. Machen wir ganz easy. Wo ist denn eigentlich der Yellowstone National Park? Das soll ja auch so wunderwunderschön sein. Ja, gut. Gut, sehr schön. Hat sich das jetzt aktualisiert? Rewards, Actions. Ne, noch nicht. Folge, Übertragung, Shop, Einstellung. FPS im Spiel anzeigen. Ah, da wird das dann angezeigt. Das ist aber über meinem Fraps FPS-Anzeige, deswegen brauche ich das nicht. Ah, aber ich find's cool, dass es das wenigstens gibt. Immerhin. Langsam, Kumpel. So weit bist du noch nicht. Sammler Erfahrung. Langsam, Kumpel. Ich bin nicht ein Kumpel, ey. Lass mich zwar aus dem Knast holen, aber ist mir scheißegal. Oh. Ups. Alter. Setzfahr hier. Ach da. Rallye. Oh. Oh, ups. Jetzt bin ich gerade in den Mountain States. Siehste, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mal hier was machen, aber dann machen wir da mal gerade ganz schnell eine Blitzreise hin. Hui. Oh, ich weiß nicht. So, gucken wir uns mal Amarelo an. Okay. Okay. Sehr schön. Dann gucken wir noch mal nach dem Auto. So, was haben wir hier für ein Auto? Performance. Alles klar. Groom. Da haben wir auch noch ein Auto. Komm, dann holen wir uns schon mal wenigstens so ein paar Teile für das neue Performance-Auto. So. 22 Teile gefunden. Sehr, sehr schön. So, da haben wir noch was zum Erkunden. Ich gebe jetzt erstmal keine Bugs aus, denn Denn Ich möchte diesen Erfolg freischalten. Ich möchte gerne die Uplay-Units haben dafür. Oh, Luisina. Luisiana. da gibt es noch eine datenstation raumfahrtindustrie ok ist irgendwo hier oben da 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 Vielen Dank.